Ja gut, dann machen wir das vielleicht mit der Rippenhaut, doch, das ist jetzt aber weg, ne, ich find's nicht mehr, doch, das ist jetzt weg, ja, wir haben's abgebrochen, ach, komm, dann holst du wenigstens deine Klinge, das geht ja eh schnell, und du greifst einfach an, komm, ach, sie zaubert schon, wird der Zauber trotzdem ausgeführt, ähm, da sind irgendwelche Menschen, Bauer Brun, na gut, ja, dann greifen wir hier, denke ich mal, einfach an, könnte auch ein magisches Geschoss hier noch schicken, aber der wird wahrscheinlich eh abhauen dann, wenn er einmal getroffen worden ist, schätze ich, oh, was war das jetzt, Ankick erleidet zwölf Feuerschaden und vier Schaden, aber hier, ist hier etwa auch ein Ankick, den sehen wir nur nicht, weil er irgendwie unsichtbar ist oder so, hmm, das wäre natürlich heftig, aber wir können hier nirgendwo irgendwas aktivieren, ja, jetzt kommt er, okay, jetzt kommt er hier raus, ähm, dann denke ich mal, es lohnt sich auf jeden Fall hier nochmal ein magisches Geschoss zu geben, wir gehen erstmal hier auf den Verletzten, ja, ich glaube, die sind noch nicht so besonders beweglich, diese Dinger, so wie es ausschaut im Moment, ja, okay, das war gut, oh, 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 warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, nicht so beweglich, aber sie haben irgendwas verschossen hier, der eine Ankick stirbt, das ist gut, dann gehen wir gegen den hier, so, genau, du hast jetzt eine Waffe, das ist super, du gehst auch gegen euch den hier und Sie müsste sich eigentlich erstmal ein bisschen erholen, vielleicht indem sie einen Heiltrank trinkt. Ja, so machen wir das. Und danach kannst du auch hier unten wieder hinschießen. Ja, und du kannst auch hier unten hingehen. So, den haben wir erledigt, den einen. Wie viele Punkte bringt uns der denn? Sehen wir das schon? 975 Punkte, wow, okay. Nicht schlecht. Oh, das arme Pferd hier. So, da ging es, glaube ich, schon wieder gegen uns, oder? Aber nur 4 Schaden gegen Imoen. Ne, der Ankerk erleidet 4 Schaden. Imoen hat viel mehr Schaden bekommen. 9 Schaden. Okay, Imoen, dann verschwindest du jetzt erstmal aus der Schusslinie. Genau, du verschwindest, sehr gut. Und jetzt kannst du wieder zurück. Und jetzt kannst du hier wieder angreifen. So, die haben jetzt all den Fokus verloren, weil er kurz verschwunden ist, glaube ich. So, genau. Meine Klinge wird euch zurecht stutzen. Jetzt haben wir ihn gleich, jetzt haben wir ihn. Okay, super. Jetzt hilft der Zauberleiter nichts mehr, aber gut. Dann haben wir dem leider umsonst gesprochen. So, dann haben wir nochmal 975 Schaden bekommen. Müssen wir irgendjemanden heilen? Ja, ganz dringend Imoen. Bitte schön, heilt sie mal. Die Frage ist, können wir was mitnehmen von diesen Dingern? Oh ja, Angriffspanzer. Sehr schön. Ja, ist ja gut. Jetzt macht er den schon wieder ins Hemd. Started dropping things. So, jetzt kannst du das doch mitnehmen. Also mach nicht so ein Terz hier. Gut, also Imoen wird geheilt. Ja, da kann man gleich nochmal nachlegen. Und ich glaube tatsächlich jetzt sogar noch mit dem dritten Zauber. Und was ist denn mit diesen Panzern hier los? Die wiegen ewig viel, ne? Der Angriff ist eins in der Erde lebendes, insektenähnliches Wesen von 3 bis 6 Metern Länge. Er ist hauptsächlich in Wäldern oder guten Ackerböden zu finden. Angriffspanzer haben einen Panzer aus einer Substanz, die Ketin genannt wird. Ketin ist äußerst hart und doch sehr leicht. Größe, Gewicht und Härte des Panzers machen diesen zu einem vielgesuchten Material. Das könnte durchaus zum Beispiel für Rüstungen gefertigt. Ja, das werden wir dann vielleicht einem Schmied verkaufen können. Sehr schön. Jetzt gehen wir erstmal zu den Bauern und jetzt sollte ich mal schön bei uns bedanken. Ja. Ich hoffe, dass hier nicht noch ein Dritter sich versteckt. So, bitteschön, bedank dich mal bei uns. Bitte, hilf bitte an keiner. Niemand. Ich kann da nirgendwo sonst fragen. Es gibt niemand sonst, an den ich mich wenden könnte. Bitte, ich flehe euch an, ihr hohen Herrschaften, helft mir. Es passieren merkwürdige Dinge in meinem Hof und ich bin nicht mehr so stark wie Ede. Ich habe nichts, was ich euch geben könnte und selbst wenn, wäre es euer doch nicht würdig, bitte. Ihr braucht euch nicht weiter nach Hilfe umsehen. Was können wir tun? Wir können helfen, aber ihr solltet schon dafür bezahlen oder das sollte nicht unsere Sorge sein. Ja klar, das Erste. Oh, ich sei gedankt, im Namen der großen Mutter. Mein Sohn Nathan und seine Freunde sind losgezogen, nach unseren entlaufenden Kühen zu suchen und dann sind sie einfach verschwunden. Seit mehreren Tagen sind sie nun schon fort. Wer weiß, was ihnen passiert ist, wo es doch hier von Räubern nur so wehmelt. Ich weiß nicht, wohin sie gegangen sind, aber ich habe Spuren gesehen, die in Richtung Westen führen. Bitte findet meinen Sohn. Oh nein, kann ich doch den Hof nicht bestellen. Nein, kann ich den Hof nicht halten. Okay. Ja, ein neuer Tagebucheintrag. Okay, schauen wir uns das Ganze an. Bauer Bruns vermisster Sohn. Nördlich des freundlichen Arms bat mich ein Bauer, ihm bei der Suche nach seinem Sohn Nathan zu helfen. Er macht sich Sorgen, dass Räuber seinem Jungen etwas angetan haben könnten. Ich werde westlich vom Hof mit der Suche beginnen, da seltsame Spuren in diese Richtung führen. Ja, ich glaube, wir haben die sogar schon gesehen, oder? Kann das nicht sein, dass das hier war? Also hier haben wir auf jeden Fall Kühe gesehen oder zumindest Hühner. Naja. Ja, gut. Ja, dann haben wir einen neuen Auftrag. Ich schaue mal ganz kurz in unser Tagebuch rein, ob das das nächste Kapitel ist. Nein, das ist aber noch Kapitel 5. Na gut. Das war schon ein bisschen aufregend, muss ich ehrlicherweise sagen. Dann können wir da mal reingehen, um uns kurz auszuruhen. Ja, können wir. Dann blündern wir doch mal den Bauernhof. Oh, Minsk ist langsam. Das ist nicht gut. Gibt es hier eine Truhe? Ja, hier gibt es Truhen. Und den könnten wir dann vielleicht diese Dinger da rein machen. Jetzt schauen wir erstmal nach Fallen. Das ist hier, ne? Ja. Denn ich verschwinde jetzt. Gibt es hier Pfeilen? Nö. Dann guck doch mal hier rein. Aha. Angeblich hat er nichts, um uns zu bezahlen. Hat aber hier Edelsteine in der Truhe. Das macht ja irgendwie keinen Sinn. Hier ist Gold. Na, das nehme ich mal nicht weg. Weil er ist ja ein armer Bauer. Aber trotzdem schon ein bisschen verdächtig. Alles hier. Ja, ich denke mal Minsk. Diese Dinger hier, die laden wir jetzt erstmal ab. Weil Minsk ist ja hier, seht ihr ja. Minsk ist hier verlangsamt. Deswegen werden wir hier diese Schädel erstmal rein geben. So. Dann können wir die nämlich dann abholen und nach Bilosgate bringen. So, kurz ausgeruht. Sehr schön. Dann geht es jetzt weiter nach Westen. Es hieß ja, wir sollen nach Westen gehen. Die Frage ist, soll Imo ihn erstmal vorspionieren? Ich glaube, jetzt ist der Fall gekommen, dass wir wieder hier unser Spionagetrick hier benutzen. Oh, hier ist ein Loch. Aha. Hier ist ein Loch und da oben ist das Meer. Das ist ein Hühner. Und hier ist eine kaputte Brücke. Oh, da war eigentlich ein Delfin, oder? Oder irgendein Fisch. Na gut, ich glaube, es ist ungefährlich, dass wir jetzt hier in das Dorf reingehen. Machen wir das mal. Man kann es ja mal versuchen. Es hieß ja nach Westen. Also das ist eindeutig nach Westen. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch hier gemeint. Ah, hier rein müssen wir. Wir müssen hier rein. Gut. Dann schauen wir uns aber erstmal hier im Dorf um und sprechen mal mit den Leuten hier. Vielleicht können die uns was erzählen. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir, äh, wir... Ja. Verdammt. Jebado. So können wir nicht weitermachen. Wir können unter keinen Umständen weiter in unserem Pensum erfüllen, wenn wir Angst haben, in die Nähe der Netze zu kommen. Entschuldigt, wer seid ihr? Tut mir leid. Wir haben heute keinen Fisch. Vielleicht ja wieder, wenn die Zeiten besser geworden sind. Einen Moment, Jeboda. Vielleicht sind Sie ja die Lösung des Problems. Sie sehen ziemlich danach aus. Also könnte man Ihnen vertrauen. Ach ja, das Problem, verzeiht mir mein Betragen, aber wir sind arme Leute. Ja, das sehe ich an den Edelsteinen in den Truhen, die mit solchen Schwierigkeiten schlecht umgehen können. Es sind harte Zeiten. Jedes Mal, wenn wir ein Boot zu Wasser lassen, läuft es voll Wasser und säuft ab. Umbele, die königliche Schlampe, sie ist es. Hä? Meint er uns? Keine Ahnung. Ganz ruhig, Tellmann. Worauf er hinaus will. Wir werden von einer Priesterin der königlichen Schlampe, Umbele, schikaniert. Heißt sie wirklich so? Wir haben keine Ahnung, wieso, aber jedes Mal, wenn wir auf Fischfang gehen wollen, sorgt sie dafür, dass es ein Unwetter gibt. Zwei von uns wurden sogar schon auf dem Weg zur Anlegestelle weggespült. Aber wir können der Garde nicht beweisen, dass sie dahinter steckt. Wir brauchen jemanden, der sie mit Gewalt dazu bringen kann, uns endlich in Frieden zu lassen. Wir haben nicht viel Geld, aber ich wäre gerne bereit, euch eine Zauberwaffe aus den Abenteuertagen meines Großvaters zu überlassen. Zugegeben, das ist ein recht bescheidener Lohn für den großen Dienst, um den wir euch ersuchen. Seid ihr bereit, uns armen Fischersleuten zu helfen? Ja, da werde ich natürlich sofort wieder skeptisch, ob das wirklich so ist, dass diese königliche Schlampe, Umbele, wirklich Umwetter herbeiruft oder ob das nicht vielleicht einfach nur Dorfgewäsch ist und die Frau einfach nur, ja, eine einfache Frau ist. Schauen wir mal. Euer Angebot ist vielversprechend, betrachtet ist es als erledigt. Dafür ist unsere Zeit zu schade. Tut uns leid, wir haben kein Interesse. Mit ein paar zusätzlichen Goldmünzen. Ja. Ich glaube, wir nehmen das mal mit den Goldmünzen, weil dann können wir die ein bisschen auspressen. Komm. Hört ihr schlecht, wir sind arm, vergesst das nicht. Nochmal 20 Goldmünzen, das soll das wert sein, oder? Vielleicht sollten wir doch. Wir haben uns entschieden, sucht euch jemand anderen. Ja, wir nehmen das obere. Aha, ich wusste ja, dass man sich auf euch verlassen kann. Sie versteckt sich in eine kleine Hütte im Norden. Pass gut auf und beeilt euch jetzt so ihre Tricks. Vielen Glück, meine tapferen Freunde. Ja, wir werden mal gucken. Die Fischer und die Priesterin. Ich habe den Fischern nördlich von den Armen versprochen, ihnen dabei zu helfen, eine Priesterin von Umbali loszuwerden. Sie behaupten, sie hätte einige von ihnen angegriffen und getötet. Sie hält sich in der Nähe der Brücke nach Baldur's Tor auf. Ja, dann gucken wir doch mal. Dann gucken wir doch mal. Aber vorher schauen wir uns mal hier im Dorf um. Genau, hier reingehen. Hallo. Ja, ich würde da gerne reingehen eigentlich. Ich hatte eben noch so ein Symbol zum reingehen. Ah. Jetzt, da ist es. Da war das Symbol gerade. Ah. Ja, so geht es glaube ich auch, oder? Ich wollte da bloß reingehen. Ah, hier. Hier geht es, genau. Okay. Auf der linken Seite. Da muss jetzt beinahe drauf kommen. So. Guck mal, ob hier Fallen sind. Denn ich verschwinde jetzt. Schaut aber nicht so aus. Okay. Gibt es hier irgendwas zu holen? Drohnen oder so. Weil die Leute, die hier, ja, denen die nehmen ihr Geld auf jeden Fall mal weg. Weil die einfach hier irgendwelche Priester verunglimpfen. Die brauchen wir nicht schützen. Der Bauer, der tat mir leid, aber diese Hetzmeute. Ah, da war glaube ich noch was. Halt. Nein. Nein. Nein, ich wollte doch nur reingehen. Mehr wollte ich doch gar nicht. Ah, wo war denn das? Hier ging es doch irgendwo. Ja, da ging es, da ging es. Ich wollte mal ganz kurz gucken, weil ich glaube, die Truhe habe ich noch nicht aufgemacht. Doch, die hat man auch schon aufgemacht. Okay, dann hat sich das Ganze erledigt. Okay, dann gehen wir mal rüber. Ich gehe noch ins andere Haus. Ich glaube, da kann sie auch alleine reingehen. So. Sind hier irgendwelche Ungereimtheiten? Nein. Zack. Dann haben wir uns unsere Belohnung schon mal abgeholt, sozusagen. Von diesen Fieslingen. Die einfach irgendwelche Priester töten wollen. Aha. Da, eine Kugel. Die Schleuder brauchen wir nicht. Ist jetzt hier unten noch nix. Ja, obwohl das... Ich glaube, das nehmen wir mal nicht mit hier. Die Waffen. Komm, das lassen wir hier. Die Bauern müssen sich ja verteidigen können. So. Also, das haben wir schon mal erledigt. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt hier in das Loch rein. Und hoffen mal, dass wir dort Leben wieder rauskommen. Aha. Ich habe hier gerade ein Schwein gehört. Aber gut. Das ist was. Wir sind hier irgendwie in einem Kampf, glaube ich, oder? Ja, wir können auch nicht speichern. Da ist nämlich auch schon der erste Feind. Ah, da sind auch noch die Dinger da. Okay. Das sind die Hale. Aber Gott, die weiß ich nicht. Gift oder sowas. So. Den ersten haben wir erledigt. Da gibt es auch wieder diese Dinger da. Aber ich hoffe, dass wir die auch mitnehmen können. Ja. Und wir haben noch einen Zauber bekommen. Nämlich Stärke. interessant. Der auch immer einen Zauber hat fallen lassen. Na gut, dann. Ja, ich würde lieber, glaube ich, hier nach Fallen gucken. Ich kann ja dann zur Not schnell weglaufen. Aha. Okay. Die Fallen scheinen hier nicht zu sein. Hier ist aber ein Gegner. Besichtet. Hier ist auch nochmal ein Gegner. Ein Ankeck nochmal. Wir haben wir wieder zusammen. Schauen wir mal, wer zu uns kommt. Ja, wer kommt zu uns? Wo ist er? Da ist er. Vielleicht, ob er schießt jetzt wieder. Oder er spuckt auf uns irgendwie. Wen hat er betroffen? Ich möchte sie treffen. Vielleicht kann ich noch schnell zur Seite. Okay, wenn wir alle auf ihn gehen, dann können wir ihn ganz gut besiegen, glaube ich. So. Das Problem ist, wenn wir jetzt den zweiten nehmen, das sind wir wahrscheinlich wieder... Ja, genau. Das ist das Problem. Jetzt sind wir wieder gelähmt, sozusagen. Wer hat denn noch Platz für so ein Ding, das 100 wiegt? Keiner, ne? Ne, keine Chance. Das bedeutet für mich eigentlich, dass wir jetzt wieder nach oben gehen, die Dinger dann einlagern und dann zurückkommen. Ja, ich glaube, das machen wir jetzt einfach mal. Das hilft ja nichts. Dann lagern wir das hier bei dem Bauernhof ein. Und dann kommen wir wieder zurück. So ist das halt, wenn man da so schwere Skelette findet. Und Minsk eh der einzige ist, das überhaupt tragen kann, weil er einfach ein super Typ ist. So, Minsk legst du jetzt mal hier rein und legst es dann in die Truhe rein, bitte. Und dann werden wir weiter kämpfen. Ist Ihnen einer verletzt? Ja, ja, Hera ist verletzt. Die kann sich dann gleich mal selber heilen. So, ich habe hier oben ein bisschen Trühe. Ja, die beiden da bitte rein. So, Jahera heilt sich. Sehr schön, Jahera, das hast du gut gemacht. Und dann geht's weiter. Wieder rein in die Truhe hier. In die Truhe, in die Grube wollte ich sagen. Nicht in die Truhe. So, ähm, ja. Feind habe ich jetzt hier keine gesehen. Deswegen gehen wir hier mal Verkundungstour. Da ist doch auch schon wieder irgendwie was, oder? Ja, ja, das ist auch ein Feind. Das sind die, die verstecken sich da so. Ja, aber es ist kein Problem. Wir können die ja besiegen. Wir haben ja gerade eben schon bewiesen, dass wir da ganz gut sind. Da ist er. Spuckt da wieder irgendeine an. Der hat aber, äh, ich glaube, sie hat den widerstanden, oder? Oh, oder hat gar nicht getroffen. Irgendwie steht da nichts dazu. Sehr gut, Leute. Das macht hier super. Das Problem ist nur, wenn wir jetzt das Ding wieder nehmen, hier. Dass, äh, Minz gleich wieder nichts laufen kann. Aber gut. Ein Goldring. Der ist bestimmt wertvoll. Ein Zauber. Ja. Also läuft hier schon wieder alles voll. Na gut. Aber es hilft nichts. Ja, dann haben wir das auch erledigt. Dann können wir hier weitergehen eigentlich. Denn ich verschwinde jetzt. Was für das Nächstes noch ist. Wir wissen jetzt, wie wir unsere Feinde erkennen. Durch diese komischen Fühler, die sie in die Luft strecken. Okay. Da ist auch nochmal ein Feind. Ja. Wir schützen hier aus, das ist auch ein Feind. Aha. Und hier oben. Wir sind zum Schatten herausgetreten. Was sind das hier eigentlich? Gegenstand benutzen. Ah ja. Da ist auch ein Feind. Ja. Der hat uns jetzt auch gesehen. Wir müssen uns wahrscheinlich sogar hinterher kommen. Gut. Dann geht den mal hoch. Schauen wir uns wirklich hinterherkommt. Ja, der kommt uns hinterher tatsächlich. Dann lasst uns mal dahinter laufen. Wenn möglich ist hier irgendwoher zu triggern. Können wir ihn dann auch vernünftig bekämpfen können. So, jetzt müssen wir doch irgendwo da sein. Oder? Ja, da ist er. Er ist auch schön nah am Eingang. Und dann können wir den... den Kopf nehmen. Den Panzer und können wir ihn dann wieder ins Bauhaus tragen. So. Sehr gut. Minsk. Bitte. Nehmen Gold und... Den und kann er auch alleine gehen. Dann kann der Rest hier bleiben. Schauen wir mal. Ja. Er kann auch alleine gehen. Sehr gut. Dann erledigen wir das mal. Es nervt er, dass er so langsam ist. Vielleicht können wir auch seine Ersatzwaffen dort oben erstmal drin lassen. Dann ist er schneller. Hier so seine Ersatzwaffen. Die braucht er ja eigentlich jetzt im Moment auch nicht. Und wenn er sie braucht, können wir sie schnell holen. Ja, machen wir das mal. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Plan. Ein Hühnchen und ein Pferd und der Bauer. Für den wir das alles auf uns nehmen. So. Dann mal hier rein in die Kiste. Genau. Dann das hier ablegen. Und dann können wir auch diese Schwerter hier reinlegen. Ja. Dann ist er bei 102. Das heißt, er wird dann drei von den Köpfen nehmen können. Das ist doch eigentlich ganz gut. Gut, Minsk. Dann zurück. Wir dürfen nicht vergessen, die Schwerter da wieder zu nehmen. Ist er immer noch verlangsamt? Nee, er ist nicht mehr verlangsamt. Na. So. Das Schöne ist, dass wir jedes Mal äh, tausend äh, Erfahrungen bekommen. Da ist irgendwo ein Gegner. Da unten ist einer. Okay. Auf den. Gefährlich werden die wirklich nur, wenn sie zu zweit sind. Oder wenn sie zu mehreren sind. Ich glaube, solange der alleine ist, kriegen wir das gut hin. Es gibt so viele Orte, an denen ich jetzt lieber wäre. Mich kann das nicht. Dann gehen wir nochmal da unten weiter. Da ist, glaube ich, schon der nächste. Ja. Genau. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Jetzt auch dessen Zoll können wir hier mitnehmen. Und Minsk müsste jetzt eigentlich immer noch äh, er ist bei 302. Okay, er kann zwei von denen nehmen. Ich wiege die aber mehr. Nee, stimmt. Er hat ja 102, jetzt hat er 302. Nee, passt schon. Okay. Ja, das Problem ist, hm, das Problem ist jetzt, dass wir den dritten Kopf nicht nehmen können, ne? Okay. Ich weiß nicht, ob die wieder neu spawnen. Ich dachte, ich hatte den Eindruck, dass das nicht passiert. Und hier bleiben ja auch sozusagen die Leichen liegen. Ja, das hilft nichts, Leute. Ich hoffe, ihr habt Verständnis, dass wir diese Panzer da immer wieder zurückbringen müssen. Ich möchte die Ungarn liegen lassen. Und kein anderer von unseren äh, Kämpfern kann überhaupt dieses Gewicht tragen. Deswegen können wir das jetzt auch nicht einfach aufteilen. So. Und zwar wäre das natürlich super, wenn er Imo das machen könnte oder wir könnten ihm die Stiefel geben von Imo hin, aber das ist mir jetzt auch zu viel hin und her. Wir müssen ja nur diesen Bauernjungen da finden. Und ich hoffe, dass... Ja, doch. Er bleibt auch hier liegen. Also ich glaube nicht, dass die da neu spawnen. So. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal erledigt. Also. Dann können wir hier weitergehen. Schauen wir uns mal ganz kurz an, wie schaut es denn hier aus? Also hier waren wir schon. Hier könnte es weitergehen. Da unten waren wir schon. Das heißt, wenn wir schauen mal hier unten, dann gehen wir in die Mitte und dann gehen wir da oben. So machen wir das jetzt auch nochmal. Fallen habe ich keine gesehen. Deswegen hoffe ich auch, dass da keine sind. Hier ist der nächste Gegner. Oh, und hier ist irgendwie ein Spalt oder sowas. Oder das ist... Nee, das ist eine Wand. Das ist eine Wand. So. Oh, das ging gegen Imo hin. Das ist nicht gut.